Wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit noch sein, wo wir uns selber genäht und gestrickt. Und ihr werdet ihr jetzt hier bei diesem Schindlerplatz tragen, ohne dass ihr sich nicht daran lasst und drauf rumkantet. Denn wir sind heute mit dem Vogel und natürlich Deutschland. Wir waren auf dem Spiel, die wir sehen, wir sind jetzt auf dem Spiel, wir sind jetzt auf dem Spiel, wir sind jetzt auf dem Spiel. Wir wollen die Fahne auf dem Spiel, die wir sehen, wir können jetzt auf dem Spiel. Wir wollen die Fahne auf dem Spiel, die wir sehen, wir wollen die Fahne auf dem Spiel. Wir können so richtig Fahne werden. Vielen Dank für alle, dass wir die Fahne für uns gelegen sind, dass wir hier bei diesem Schindlerplatz tragen können.